LibreOffice Textmarken Anhand einer Textmarke ist es realisierbar, eine Textstelle zu kennzeichnen. Nach der Markierung kann man nun, ist egal wo man sich gerade im Text befindet, zu dieser Position springen. Die Textmarkierung ist der erste Schritt in diesem Handlungsschema. Es folgt ein Klick auf den Eintrag Textmarke im Menü Einfügen. Und zu guter Letzt gibt man der Textmarke einen Namen. Hier mal Textmarke 3. Okay. Schon erstellte Textmarken sind hier aufgelistet. Und im Übrigen ist die Funktionalität Löschen in diesem Dialogfenster ausführbar. Löschen. Okay. Im Navigator, den man auch mittels Taste F5 zum Vorschein bringen kann, sind alle existierenden Textmarken verzeichnet. Und die Features bearbeiten, löschen und umbinden, kann man mit einem rechten Mausklick erreichen. Das Jumpen durch Textmarken ist obendrein auch machbar durch einen rechten Mausklick auf das erste Feld in der Statusleiste. Darüber hinaus ist es durchführbar, den markierten Text einer Textmarke an andere Stellen im Text einzufügen. Man setzt den Cursor an der gewünschten Stelle, klickt auf Einfügen, Querverweis, Querverweise, sucht sich eine Textmarke aus und wählt Referenztext und klickt auf Einfügen oder macht einen Doppelklick auf Referenztext. Ciao und viel Glück!